hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge sticks wieder mit rené jetzt immer schon bei mission 3 so was war hier nach 100 jahren rede mit der fotze du machst das ne beweg deiner eigentlich den mund jetzt gerade bewegt deiner den mund was stoppen ja okay what do you got that i need i have the list of those taking part in the presentation i wager that he'll attend the summit by impersonating a human wow you have been busy problem is that there are four human diplomats the two main kingdoms each have sent an ambassador with his bodyguard when i find out whose identity the shapeshifter has taken you'll be the first to know and i can then flash him in your direction will you then not a few drinks herstellen can i not not even think i have an idea of how we can slip you in quietly well you're built like a troll i find you the uniform of an elf guard i have enough i can't make anything herstellen toll i have now full drinks and me fehlt an eisenpfeil but we don't want to kill you so bring me the one of the things i learned that olav who used to be in time has been hired by a diplomat that dog will no doubt remain at the door of the sanctuary and wait until his master will be burned so what's that got to do with me i do but how long will you in olava get rid of them and you can count on some more amber you're starting to run up a pretty big tab here lady but i'll think about it jetzt kommen wir so abelsbezirk geht doch was die denn da okay okay i can never tell if you're sitting or standing up fucking hilarious i'm wondering how you're gonna squeeze into one of these outfits these elves are pretty skinny stand up this is as up as i get we're standing do you like this one do you like this one i'd be surprised my dagger if you penetrate the armor we'll avoid them but don't worry i think i know where i can find something that'll fit you oh die sind doch voll verletzlich an äh der kehle suche das badehaus schnelles abzeichen und suche die botschaft gehst du zum badehaus ich kann zum badehaus gehen wenn ich weiß wie ich ich muss da auch lang wo du lang gehst ich muss da auch lang oder das ist das was denn was denn was denn was denn wieso bist du nicht hier hoch hä weil ich zum abzeichen will ja ich bin neben dir ganz neu starten du kannst von dem seil aus nach oben springen ok hab ich nicht drauf geachtet egal machst du halt gleich aber ich muss da auch hin wir müssen wir müssen praktisch gleich gehen da kann man das jetzt nicht mehr wir springen hier 10 minuten haben wir 10 minuten haben wir das ist ein problem ach das ist ein problem ach ihr fotzen guck ich weiß nicht ob man da rüber kann weißt du was ich meine ich kann sie voll vergessen geh du oben lang nur weil du eben verkackt hast oder was ne weil ich muss eh unten lang oder ich könnte einfach seine passen und dann wird der schwarze hier unten zu sein ist voll der fehler ich mache gerade herz dienst auch man ich bin entdeckt wurde es reicht jetzt unten lang jedes vor der fehler ich muss oben lang ich habe eine idee was ich mache da ist eine kiste wo du rein kannst es ist mir gerade einfällt schade hätte sein können joh er sieht mich ich habe dich gesehen oh nein es war zu weit bist du jetzt lang ist jetzt unten oh die elfen gehen wir so auf den pisst ne so wenn wir jetzt erwischt werden ist jetzt scheißegal das ist glaube ich schon der fünfte versucht siebte mit sieh jetzt auch ist es dein ernst Slow down! Ja, also ich habe hier so ein Problem. Junge, die sind sofort auf Krawall gebürstet. Wollen wir austesten. Boah, er sieht mich. What the fuck? Dein Scheiß Ernst? Noch weiß er nicht, wo ich bin. Ich bin weiter zurückgegangen. Nicht du. Ich meine das hier. Ich habe das selbe Problem wie du. Jetzt hat er das Licht wieder angemacht. Ach, deswegen kam der hierher. Alles klar. Guck mir die Scheiße hier jetzt erstmal kurz an. Wolltest du nochmal neu starten willst? Eigentlich nicht. Ne. Außer der sieht mich jetzt. Ab und zu sind die Steps von denen so laut, ne. Boah, der sieht mich jetzt. Badehaus. Ich bin noch nicht mal im Badehaus. Oh Gott sei Dank, ich habe das geschafft. Also hier hoch zu kommen gerade mal. Mehr habe ich noch nicht geschafft. Bewegt er sich? Ah. Oh, du opera bei mir. Ich habe selbst nie rausgebracht. Jetzt triff ich mir nur noch. Jetzt bin ich in eine Amber Lake. Ich sage mal, es funktioniert nicht so gut. Und bis jetzt habe ich die nicht rausgebracht. schon klar das ist der rauch ich habe ein problem einer bewegt sich hier der pennt habe ich jetzt ein geräusch war richtig scheiße tot ja richtig krass alarm ausgelöst ich warte so lange da kannst du das ja in der mitte machen mach du das in der mitte nicht da lang gehen nicht da lang gehen also daraus kannst du safe und dann musst du links runter und dann musst du aufpassen was machst du ich mein körper alter ich habe nur das gelbe ding gesehen frisches bekommen durchsuche den durchsucht die botschaft da muss ich für hoch was soll man denn hier alles klauen alter mich hat mega vorsichtig oh mein gott wie viele leute dürfen wir töten kein verdammte scheiße pass auf das ist die mission ist richtig scheiße das ist gerade einfach nur der cancer des todes alter und jetzt kommt man sich weg ach komm fick dich doch da unten in dem raum muss man es machen ja du musst dann sogar jetzt noch was klauen ja ich weiß lass mich mal da raus und du kannst es schon mal weiter gehen ja ich mach das hast du geklaut dann mache ich gleich alter das ist richtig schwer das ist nicht nur so ein bisschen schwer es ist richtig schwer schön feuer abend renne und tschüss also das unentdeckt zu schaffen keine ahnung wie du das machen willst aber ich glaube wir sammeln einfach alles ein dann kriegen wir glaube ich richtig viele nebenquests ich glaube oder es zählt alles dazu ich weiß auch nicht so genau so ich weiß aber nicht so ganz hier und es richtig richtig post ab wir sind nur fotzen ich weiß gar nicht was wir machen sollen hast geschafft ich bin einfach hier runter jetzt ja bitte guck nicht hier rein bitte du stück scheiße bist du tot ja ich bin tot okay so langsam wird es schwer mit dem ich brauche eine werkbank die wäre ganz nice weil ich habe ganz viel loot eingesammelt hier oben ist doch ein seil warum sehen wir das eigentlich nicht wo oh leil wie bist du da dran gekommen er war hochgesprungen du musst noch ein bisschen weiter laufen bin ich da dran gesprungen das riecht schwer ich habe das mal früher gesehen ne ja loil pass auf da sieht dich einer boah das war richtig knapp machst du was mit dem abzeichen ja ich finde die musik so ganz cool die auch die weiß immer okay das vereinfacht die ganze sache schon erheblich das war jetzt einfach nein ja weißt du wo was wir jetzt machen müssen nicht machbar kommst du hier rüber ich habe ein problem das übel viel los du musst dich auf jeden fall hierher kommen du kannst mit dem seil einmal rüber weißt du was ich meine ja wo ist denn der schein bei dem in seiner hose bei wem bei dem dicken ritter alter bitte verpiss dich oh ich habe eine idee ich bin jetzt schon mal bei denen ich habe mal abgelenkt aber alter ist eine werkbank das wäre ultimativ geil wenn ich die benutzen könnte hast du es geschafft das war voll gut oder kann das sein ja oh mein gott alter idee das war jetzt richtig geil ich habe mich extra getötet damit wir im endeffekt mehr leben haben weißt du ja jetzt komm kannst du respawn ja warte gleich warte gleich warte gleich lass mich doch respawn oder ja deswegen tue ich ja egal so wie sieht es jetzt aus wo geht es hin alter aus meiner position war es ja eben viel einfach hier guck mal wir können hier lang ne jo ich habe voll den geilen weg gefunden wir müssen hier unten lang so müssen wir in die tür rein unterhalten die sich die warte 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 ich mach die tür auf ich mach die tür auf mal leise was hast du gemacht warum bist du mir nicht hinterher hä weil ich es nicht konnte man aber jetzt kann ich ich kann hier was aktivieren da mach ich dir eine zugbrücke hoch komm mal kurz her ich bin das seil hochgeklettert in dem raum oh shit ich war ein bisschen zu langsam bist du da hochgeklettert ja ne weiß ne wo bist du lang ich bin einfach da durch okay man oh lol Oh mein Gott Ich bin gerade so schnell geklettert Hätte ich gar nicht unsichtbar machen müssen Aber wir müssen nur da runter Schade Ja hier oben total unnötig Guck mal vielleicht liegt hier oben was Gehst du da runter? Ich glaube nämlich eher dass wir gleich hier hoch müssen Ja Ich mach das Ach Gott Jetzt muss der ganze behinderten Weg wieder runter oder was? Ja nur das kleine Stückchen Ja aber dann sterbe ich Sicher? Alter ich hab Was? Du hast Du hast Die haben mich gehört Stehen die da noch? Kannst du siehst du das? Schlecht Sind die da noch zu zweit oder sind die alleine? Da steht gerade nur einer Die andere kommt dort Nee Jetzt kannst du lang Jetzt guckt sie gerade Lauf Alter Du musst da oben rein Ja siehst du Ja nice Gott sei dank Vielen Dank fürs zusehen Wir sehen uns in der nächsten Folge Sticks Schatz auf Daten Ich wünsche dir Ich wünsche dir Ich wünsche dir Das ist D journaling Ich wünsche dir Vielen Dank.